das ist die stadt der zora und da hoffe ich mal und das hallo auf dem landstück das sieht man zwar jetzt ganz undeutlich aber da ist das ist auf dem landstück also hier irgendwie da ist ja ich geh mal hin ich gucke mal sei jedenfalls bist du etwa ein lichtkreis am wasserfall die susanne die ist echt schlau die weiß ganz genau was ich brauche und wie ich es brauche aber ich sag dir ganz ehrlich spätestens hier wäre ich auch drauf gekommen dass zur rüstung anziehen das war aber knapp da 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 facecam ja es ist das das ist eine facecam das hier das da das da da ist das schlimm möchtest du mein letztes gesicht nicht sehen ich brauche noch so beleuchter damit man mein hübsches gesicht besser sehen kann aber die lampen fehlen mir noch mein name ist mau eruja ok stufen aus eisen hat er eis gesagt ich liebe eis ich will auch so verstehe soll also irgendwie sowas tun ja hallo ich hab gehört diese truhe hallo 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 der anderen seite auch nicht das ist ja richtig behindert wir gehen erst mal weiter wir gehen nicht weiter nehmen uns den netten black ja 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 okay mein hirn geschmilzt gerade vor sich hin ein moment bleibst du da drauf natürlich nicht wäre auch zu schön gewesen so gut aber da oben kann ich ihn ja schlecht halten es sei denn naja nicht meine beste arbeit aber ok um das ist der schwerste stein von der c das wollen wir doch mal sehen das wollen wir doch mal sehen so weil eigentlich funktioniert es ja so man soll glaube ich den da und soll glaube ich den da benutzen ja und damit den hier hoch schieben wenn man das dann so getan hat dann verliert man natürlich die links so ich muss mal eben gucken dass ich den neu setze und damit dann den hoch schieben und dann hier drauf so und das kann man dann ja immer wieder im wechsel machen oder sollte man glaube ich immer wieder im wechsel tun ja jetzt nehme ich den und schieb den da drauf so dazu muss ich muss ich erst da hoch beziehungsweise jetzt kann ich den ja mit dem mit dem eisteil festsetzen gut hätte ich wohl ein bisschen mehr platz lassen sollen so jetzt gleich komme ich nur in die misere dass ich nicht mehr hoch kommen das könnte jetzt ein problem darstellen deswegen muss ich jetzt den weg machen der hat jetzt keinen nutzen mehr so und wenn ich jetzt den nehme so das einzige problem ist jetzt dass ich noch da hoch muss so und das heißt ich muss jetzt mal gucken ob ich da so naja mache ich das anders mache ich hier den weg und dann mache ich hier so einen das ganze hätte ich ja natürlich auch von oben machen können aber das ist ja viel zu einfach kann man nicht essen bestimmt schmeckt wie hühnchen so jetzt müssten wir das ganze auf der anderen seite wiederholen aber ich überhaupt keinen bock mehr deswegen mache ich das versuche ich das jetzt etwas anders zu lösen indem ich ein bisschen trickse schmecken so sie alle haben die haben die 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 wie ich bin noch nicht hoch genug das ist mein problem das problem wie vorhin jetzt sind sicherheit auch noch schlauere wege das zu tun jetzt passe ich da nicht zwischen oder was das ist ja richtig bullshit genau das wollte ich tun danke link das war exakt das was ich tun wollte der dicke man sieht hier gar nichts das könnte jetzt böse enden es ist böse geendet oder mal wo ist auch irgendwie cool perfekt genauso wollte ich es haben kann nicht schiefgehen hallo hallo ist das doof dass man da nicht durch linksen kann so wir müssen gucken dass wir den weg da nicht so sehr verbauen so ok der schwerste schrein also ok aber wenn ich den jetzt hierhin baue so da muss da genug platz sein um den nächsten block dahin zu schieben sonst haben wir nämlich ein problem und ich muss den alten block löschen nein das gibt es doch nicht ok warte 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 muss ich den halt hier vorne vormachen und dann kann ich ihn von da auch löschen so So, die beiden will ich ja nicht löschen. So, und der weg. So, und jetzt hier. Das passt wieder nicht, ey. Bullshit. Wieder zu hoch gemacht, ey. Gibt's ja nicht. Okay, ich probier mal das. So, machen wir es so. Geht auch. Easy. Wisst ihr, was ich jetzt nicht habe? Die Truhe fehlt mir. Truhe? Hallo? Oh. fuck was soll's wir sind mal kurz für einen moment lang dumm und schlau und dumm wenn wir jetzt hier gerade schon die möglichkeit haben dann setzen wir uns nach ganz oben so ja wir wollen die truhe holen weil das gehört mit dazu bla bla scheiß schen arsch bla bla ja ja müssen wir das mal eben umdrehen obwohl ich nicht genau weiß wie natürlich weiß ich wie ich bin nur dumm ich hasse mich ist gut dass ich das euch erkläre wie das wie man das machen muss und selber es vergesse hoch schieben hoch schieben hoch schieben ja Reicht es? Ja. Easy. Königsschild. Natürlich habe ich dafür keinen Platz. Aber ich will es mitnehmen, es war anstrengend. Gartesschild. Bullshit. Königsschild. Aha. Schildblock plus 15. Mega. Läuft. Passt. Raus hier. Tschüss. War nett mit euch. Sia. So. Ihr Schwesterschrein? No. Möo. T Valve. Sia. Vielen Dank.